Wem gehört die Stadt? Schöne Frage. Die Stadt gehört allen, die in der Stadt sind. Und zwar unabhängig von wie lang sie da schon sind, ob sie Staatsbürgerschaften haben oder nicht, wer in der Stadt ist, ist Stadtbürger oder Bürgerin und dem gehört sie auch als Teil. Aber was vielleicht noch viel schwieriger ist, sie gehört auch allen denen, die irgendwann in die Stadt ziehen werden, gerade in Zeiten, wo die Städte wachsen. Von daher ist es gar nicht so leicht, sozusagen eine Form von geteilter Teilhabe an der Stadt sicherzustellen. Was auf jeden Fall nicht sein kann und darf, ist, dass in Zukunft die Stadt denen gehört, die jetzt schon investieren in PPP-Projekte, in quasi Privatisierungen von öffentlichem Raum. Wir müssen dafür schauen und genau darauf achten, dass in Zukunft ausreichend, nicht nur ausreichend, sondern noch viel mehr als jetzt, derartig öffentlicher und kommunaler Raum gegeben ist, auf das er von uns allen gemeinsam gestaltet werden kann. Und nicht von wenigen dieses leisten haben können, ihn zu kaufen und dann für uns so oder so gestalten. Also keine Neo-Freudalisierung des städtischen Raums, kein Ausverkaufen von öffentlichem Raum, sondern ganz wichtig, wir müssen mehr noch, wir müssen städtischen Raum kommunalisieren. Ich möchte noch kurz mal den Biednerpark ansprechen. Gute Gegend, die gerade für einen Neubau eigentlich sehr gut funktioniert. Was man dort sicherlich lernen kann, ist, dass man eigentlich Stadt noch viel mehr mischen kann, also in der Nutzung. Ich glaube überhaupt, dass wir dorthin kommen müssen, dass wir nicht mehr Wohngebiete, Gewerbegebiete oder Freizeiträume, sozusagen so, wie es man eh schon längst so explizit teilen müssen, sondern Stadt bauen, Stadträume bauen, sodass wir wirklich zu einer Form kommen, wo die Räume frei sind in ihrer Nutzung, ob sie zum Wohnen sind, ob sie zum Arbeiten sind, ob sie einen Beitrag quasi zu einer Öffentlichkeit auf der Straße leisten. Und das Nächste aber und das Allerrelevanteste ist, dass es eine durchgängige Durchmischung gibt und eine durchgängige Leistbarkeit auch in den Neubaugebieten. Wenn wir wollen, dass Wien lebenswert bleibt, dann geht es heute sicher darum, dass wir eine Form einer Aktualisierung dessen schaffen, was weltweit bekannt ist als das Rote Wien. Und zwar ist das eine, also jetzt zurückblickend auf die 20er Jahre, frühen 30er Jahre, eine tatsächliche Umverteilungspolitik, eine gerechte Form von Raumaufteilung, von Mitteln. Das heißt, wir brauchen entsprechende Steuerpolitik, wir brauchen entsprechende Bau- und Förderpolitik, vor allem eine aktive Bodenpolitik in dieser Stadt, weil letztlich die ganz, ganz große Frage, die im Raum steht, ist, ob Stadt und Stadtraum und vor allem Wohnraum leistbar bleibt und bis zu leistbar ist. Also sozusagen, es ist für viele Teile der Gesellschaft heute schon schwierig. Und Jammern in Wien ist auf einem hohen Niveau, weil hier sozusagen noch sehr viel tatsächlich Wohnraum im Eigentum der Stadt ist beziehungsweise Genossenschafts- und gefördeter Wohnraum vorhanden ist. Allerdings im Moment wird eindeutig quasi Betongold gemacht, auch mit Wohnraum, das heißt, da aktiv gegenzusteuern und zu schauen, dass wirklich hier nicht spekuliert wird mit dem, was Menschen brauchen fürs Leben, sondern gemeinsam gestaltet wird. Das ist eine Herausforderung der Zukunft.